Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Prototype 2 Ok, ist er jetzt... ok, doch nicht Ok Und da ist er schon Ich denke, das ist fett, das ist 5 Archival recording, 14 Tage vor Corporal Rand Baker, für ein konsistentes Display und Embodiment von der Organisationen Körtenenten Sie wurden hierbei awarded den Blackwatch Ironstar und alle associative Benefiken, Kompensation und Standings Congratulations soldier Ich mache nur meine Aufgabe, Sir Sir, Informations-Hallstück Und... Als erstes absorbiere ich diesen Typen Jetzt werden wir gleich wieder gedanken sehen Ich glaube, die nehmen die Gefahr alle nicht so ernst Schon wieder eine Mission angenommen Die machen wir jetzt aber nicht Wie gesagt, die mache ich nach dieser Mission Jetzt wechsel Ok Ich kann nur mit einem Einsatz... Einsatz aus... Rüstung Kann ich die Brawler loslassen Und ich will ja die körperliche Stärke Und die erste Hand abgeschnitten Und... Absorbieren Ranken verbessert, Stufe 3 So... Dann hätten wir das geklärt Und... Wir begeben uns zur nächsten Mission Ich werde die Einladung Den Bau betreten wir auch irgendwann Den hole ich mir auch noch schnell Die haben schon etwas mehr Angst. Wir schalten nach der Reihe verschiedene Missionen frei. Die werden wir erst später betreten. In den späteren Missionen geht es eigentlich nur um die. Wir müssen ein Gebäude einbrechen oder einfach nur Leute töten. Also so ziemlich immer dasselbe. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Rodney, holen Sie den Wild Goose-Chase. Die Goose ist aufgerüstet. Wer? Archer? Wo ist sie? Sie sind in einer der Whitelight-Depots. Lassen Sie sie und zurückkommen hier. Wir haben Arbeit zu tun. Ich bin Oster Mike. Ich bin aus der Frage, welchen Depot? Ich habe dir den Reporten. Jetzt bewege deine Ecke. Roger das. Wir haben Dr. Archer. Sie ist in einer Gentiles-Light-Light-Fähigkeiten. Ich bin auf meinem Weg nach jetzt. Gut. Vielleicht werden wir endlich ausprobieren, was sie und Mercer zu der Whitelight. Wir haben besser. Wir sind gleich da. Da gibt es noch Stärke. Die hole ich mir noch schnell. Na komm. Mal schauen, was sich Rüstungsfertigkeit verbessert. Jetzt muss ich erst den Alarm beenden. Und beenden. Das ist ja ganz normal ein Soldat, der fliegen kann. Archer muss irgendwo drin sein. Wir müssen einen Weg in finden. Rüstungsgeräusche. Alle units. Verwärts. 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 Jetzt ist der Tag zweiettreffekt. Ich habe wieder mit der Sicherheitskamera Parece gepackt. Ich sehe das. Das ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Das ist sie, James. In der Sicherungsrunde. Athena hat die Dna-DNA-Lock für Archer selbst. Ich glaube nicht, dass du da rein kannst. Dann muss ich sie raus. Die Tanks sind mit toxischen Gas. Wenn ich sie öffne, wird sie kommen. Okay. Wen kann ich das anhängen? Und der nächste. Und, zerstörst du das? Okay, ich setze das einfach öfters ein. Jetzt kurz abwarten. Und keiner sieht mich. Und der nächste. Tut mir echt leid, Leute. Und, danke sehr. Okay, jetzt wird's zu langweilig. Okay, doch nicht. Das war keine so gute Idee. Jetzt setze ich mal meine Spezialfähigkeit ein. Oder auch nicht. Die Kompass. Die Kompass. Jetzt nicht auf dem Stich. Ich muss mich so viele Leben holen. Wie nur möglich. Denn es gibt wahrscheinlich eine Ich mache gleich einen Endkampf Jetzt absopie ich einfach die ganzen Soldaten Und um die Tanks schneller zu vernichten Nein Okay, falsch, falsch, falsch Ich bin sehr schlau Ich habe natürlich die falsche Taste gedrückt Das sieht schon besser aus Danke sehr Ich glaube das wird nicht mehr nötig sein Ja, vor allem mit so wenig Leben Du bist weniger als nichts Danke, das lasse ich dir her Aber nicht zweimal sagen Oh, zu spät Was war jetzt? Was ist das denn? Und sie hat einen Brawler Rudel gerufen Und Leute, ihr kennt euch schon denken Was jetzt kommt Wenn ich vorher gesagt habe Wir bekommen eine neue Fähigkeit Und mehr Leben Oh, zu spät Das kommt schon Die Schuhe laden auch einfach irgendwo hin Das heißt ja wohl nichts Gutes. Lass mich in Ruhe. Und dasselbe spiel noch einmal, nur mit mehr. Okay, also immer wenn das Zeichen da steht, kann ich eine spezielle Spezialfähigkeit da spielen. Das ist richtig, meine Puppe. Kill ihn! Kill ihn und eat ihn! So, der erste wird absorbiert. Ok. Okay. Noch einmal Glück gehabt. Der nächste wird absorbiert. Ohne das absorbieren bekommt man ja keine Leben und dann würde die Situation ziemlich schlecht für uns aussehen. Und ohne Hände lässt sich schwer leben. Stimmt's, Kumpel? Komm schon, Heller. Komm schon!